Hey und herzlich willkommen zu Part 6 von Let's Play Die Sims 3 Lebensfreude Staffel 3. Wir sind hier zurück bei Familie Harris und ich habe jetzt auch wieder eine Facecam. Freut ihr euch? Ich freue mich. Wundert euch nicht, was das hier da auf meiner Wange ist? Das ist eine 8, weil wir nur noch 8 Tage Schule haben und deswegen haben wir uns alle eine Nummer auf die Wange geschmiert. Ihr kennt das Ding ja bestimmt. Auf jeden Fall sind wir hier endlich wieder zurück bei Familie Harris. Und ich glaube, Riley müsste heute die Benachtigung bekommen, dass sie ein Baby bekommt. Ich bin wirklich gespannt, was das Ganze hier bringen wird. Ihr fandet es auf jeden Fall alle mega geil. Ihr habt es mega gefeiert und ich bin auch sehr gespannt, was das alles, also wo das Ganze hier noch hinführt. Ich würde sagen, wir starten jetzt aber erstmal in den Tag. Und ich dachte, es wäre eine gute Idee, wenn wir einfach mal versuchen, den Haushalt von Noah einzuladen. Weil dann kommt, ja genau, Nate kann ruhig auch mitkommen. Oh, ich erinnere mich. Ich habe da schon wieder ganz vergessen, dass sie auch was mit Mia hatte. Okay, dann laden wir Mia jetzt mal nicht ein, sondern nur Noah und Nate. Und in der Zeit wird sie dann... Hört ihr jetzt klopfen? In der Zeit wird sie dann duschen gehen, aber... Gern, wir sind in Kürze da. Oh, wie schön. Nate! Was hast du für ein Sternzeichen? Wir scheinen perfekt zueinander zu passen. Ich glaube nicht, Bruder. Geh am besten mal duschen und das ignorieren wir einfach gekonnt. Wir tun einfach so, als wäre es gar nicht da. Folgende Person wird wohl nicht kommen können. Nate Mason? Was ist dein Problem, Nate? Ach ja, er arbeitet ja auf diesem dummen Sommerfest. Ihr habt mir geschrieben, dass ich ihm einen anderen Job geben soll, weil er sonst niemals verfügbar sein wird. Und ich glaube, das werde ich auch tun. Ich weiß nur nicht mehr genau, wie sein Charakter war. Wir könnten ihn theoretisch ja jetzt... Ich wollte ja gerne, dass jemand die... Oh, jetzt höre ich auch besser. Ich wollte ja gerne, dass jemand die Arztkarriere macht in diesem Let's Play. Deswegen könnten wir ihn theoretisch ja auch da schon einschleusen. Ich glaube, das mache ich gleich. Ja, wenn wir ihn dann gleich irgendwo sehen, dann werden wir ihn da einschleusen. Was ist das hier unten eigentlich? Nein, nicht das. Oh, das ist auch cool. Aber ich meine das hier. Ist das das Resort? Ja, ne? Mit Verabredung? Oh ja, sie hat eine Verabredung. Ähm, Noah? Baby? Wo bist du? Ich bin geduscht und äh... Nein, warte. Achso, ja doch. Mach mal Brunch. Mach äh... Gelee-Sandwiches für dein Bae. Und äh... Ähm... Ruby kann dann mit uns frühstücken. Ach, sie ist gerade pieseln. Hi, Baby. Na? Oh, guck mal, wie er sich freut. Das ist doch süß. Du bist ein Cutie-Petudi. Aber ihr ist jetzt gar nicht nochmal schlecht gewesen. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich... Gönnst du dir richtig hier in unserem Haus, hä? Ist geil hier, ne? Kann man chillen, hat keine Kinder. Alles, alles super. Einfach mal das Leben genießen. Äh, sie geht jetzt so schön baden hier. Oh, Mensch, guck mal. Die, äh... Ruby, die genießt richtig ihr Life. Vielleicht hatte, ähm... Beta, gratuliert. Vielleicht hatte Nate einfach nur keinen Bock auf, äh, das Ganze hier. Dieses ganze Getue und Gemache. Äh, weil er vielleicht schon rausgefunden hat, dass Riley eine kleine Affäre mit, äh, seinem Vater hat. Und deswegen hatte er keine Lust zu kommen. Ähm, der, Ruby wird sich auf jeden Fall dann gleich mal mit ihm treffen. Damit das Ganze zwischen denen auch mal ein bisschen ernster wird. Und wird ihn vielleicht überreden, dass es vielleicht sinnvoll wäre, wenn er endlich mal einzieht. Damit die Beziehung einfach noch ein bisschen gestärkt wird. Weil die sehen sich einfach nicht viel. Und... Pfff. Das ist so funny. Ich möchte, dass die sich jetzt gleich hier boxen. Ja. Ich möchte, dass Ruby jetzt hier gleich einen Aufstand macht, wenn sie sieht, dass, äh, Noah hier ist. Ja, Mann. Oh ja, ich werde was arrangieren. Ich werde etwas arrangieren. Sie wünscht sich, eine Kissenschlacht mit Noah zu machen. Das werden wir ihr natürlich... Diesen Wunsch werden wir ihr natürlich erfüllen. Ähm. Um Kissenschlacht bitten. Hey, Baby. Ach ja, wir starten übrigens sehr spät in den Tag, weil, ähm... Stopp! Ich bin noch nicht bereit. Du kannst ja noch nicht kommen. Äh, wir starten sehr spät in den Tag, weil die beiden ja im letzten Part sehr lange unterwegs waren. Und eigentlich war, ähm... Ruby ja auch bei Nate drüben. Aber, ähm, irgendwie hatte sie keinen Bock, da zu schlafen. Deswegen ist sie dann doch noch nach Hause gegangen. Und falls meine Mausführung heute noch irgendwie komisch ist, ich hab jetzt mal meine neue Maus endlich angeschlossen, weil mich die alte so genervt hat. Und jetzt hab ich's endlich mal geschafft, die anzuschließen. Hat zwei Sekunden gedauert. Ich hab mich die ganze Zeit wieder davor gesträubt. Aber hey, das ist ja mal Lifestyle, ne? So. Ja, dann macht mal, ne? Lasst das Spektakel beginnen. Ich möchte, dass Ruby hier einen richtigen Aufstand gleich veranstaltet. Oh, ich hasse es im Apartment zu leben. Ich hasse es im Apartment zu leben. Ich hasse es so sehr. Wir müssen unbedingt ein Haus ziehen. Die Miete ist nämlich auch... Also der Strom und so ist hier so teuer. Okay, sie ist doch nicht so sauer auf Nate. Wir haben eben irgendwie 700 Simoleons an, ähm, Dings bezahlt. An Stromrechnung. Macht die jetzt hier? Äh, okay. Warum? Ich muss jetzt nach Hause! Wir wollten gerade eine Kissenschlacht machen. Was ist das von dir? Das ist der schlechteste Daddy, den es überhaupt gibt. Okay, ich weiß nicht, was das jetzt hier ist. Ob sie jetzt hier noch die Benachrichtigung bekommt oder nicht. Äh, Riley, äh, Ruby wird sich jetzt auf jeden Fall mit Nate treffen. Die, äh, werden sich, ja, einfach mal hier zu Hause treffen. Und zwar... Wir können uns ja nicht zu Hause treffen, weil er auf dem dummen Sommerfest ist. Warte, arbeitet er hier? Oder bei dem anderen? Das müssen wir jetzt herausfinden. Hier ist auf jeden Fall schon mal, äh, wie heißt die? Rose? Äh, die ist hier auf dem Sommerfest. Ach, auf dem Herbstfest. Entschuldigung. Wir haben ja schon Herbst. Wer arbeitet hier? Jenna Tomlin. Okay. Jenna Tomlin. Ähm, okay, ich glaube, hier arbeitet er nicht. Nee, dann muss ich mal kurz zu dem anderen, äh, Dings gehen. Und dann kann ich euch auch zeigen, wie man den, ähm, Job schnell ändern kann. Ich meine, das ginge so, wie ich mir das gerade hier vorstelle. Äh, äh, wo bist du mein Sonnenlicht? Ich suche dich und vermisse dich. Ich respektiere nur dich, Nate Mason. Okay. Ich glaube, man kann jetzt so machen. Kann man nicht. Vielleicht, vielleicht, kann ich irgendwas über NRAS machen. Wir gucken mal, äh, Profifunktion. Komplette Zerstörung. Das wäre Spaß. Äh, 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 ähm, Grundfunktion. Adoption. Oh, sollen wir Nate adoptieren? Das wäre doch süß, wenn er unser Name wäre. Ach. unser Sohn. Ähm, Stammbaum-Exporti. Wie geht das? Man kann sehr viel hier mit Master Controller machen, aber ich weiß nicht, wie das alles funktioniert. Falls jetzt wieder viele fragen werden, was das ist und wie das geht, googelt einfach NRAS Master Controller und geht auf die Seite von NRAS. Da wird euch alles erklärt und da könnt ihr das dann nutzen. Was habe ich gemacht? Wo habe ich drauf gedrückt? Ach, gehe zu. Alles gut. Karriere! Außerschulisch Job wählen. So. Ähm. Was wollte ich? Arzt. Ich möchte, dass er Arzt ist. Wo ist Arzt? Ach ja, das ist ja Medizin. Oder? Ja, da. Äh, Medizin. Hast du es jetzt? Bist du jetzt... Gehst du jetzt da weg? Bitte? Bruder? Bist du jetzt nicht mehr Lebensmittel gestellt? Ja! Ich glaube, er hat seinen Job geändert. Dann können wir... Könnten wir ihn jetzt theoretisch nach Haus einladen, oder? Hä? Ja, nee, du bleibst, äh, roll, äh, wie heißt du? Noah, du bleibst schön hier und guckst zu, wie deine Affäre ein Babybauch bekommt. Yes! 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 Ich zeige die ganze Zeit so auf Noah und ihr seht das gar nicht. Als ob ich schon neun Minuten aufnehme. Yay! Uh, äh, Riley ist schwanger! Äh, warum kriegen wir keine Benachrichtigung? Hallo? Ha! Riley hat die nächsten vier Tage frei, da sie Mutter schon... Oh mein Gott, könnt ihr es glauben? Könnt ihr es glauben? Das ist so freudig. Das ist so unfassbar freudig. Ja, jetzt kannst du Nate, äh, warum sage ich mal Nate? Noah mal schön erzählen, dass ein Braten in der Rohre ist. Hey! Ähm, Noah! Ich bin gerade auf der Arbeit. Lügner. Ich bin schwanger. In your face. Und du hast gesagt, du wolltest gehen. Äh, blablabla. Ruby, du gehst jetzt einfach auf den... Hier auf das Sommerfest. Und gehst ihn besuchen. Wenn er nicht zu dir kommen will, dann kommen wir halt zu ihm. Du bist hier nicht mehr angestellt, Junge. Versteh es doch bitte. Du bist dort nicht mehr angestellt. Geh einfach, geh mit ihm eine Runde plaudern. Ich hab das doch... Hat er jetzt zwei Jobs, oder was? Fortgeschrittene Funktion. Karriere? Warte mal. Nächste Mitbewohnerrolle entfernen. Swimmen zu bügen. In Rente gehen. Job wählen. Soll ich Job kündigen gehen? Nee. Scheiße. Okay. Lassen wir das einfach. Wir werden das hier schon herausfinden. Wir werden ihn jetzt einfach dazu überreden, dass er unbedingt bei uns einziehen muss. Er muss unbedingt bei uns einziehen. Und dann werde ich in den nächsten Parts auch dafür sorgen, dass wir dann ein kleines Häuschen für uns finden. Für uns drei, bald vier. Oh, guck mal. Jetzt ist Nate endlich hier available. Okay, dann können wir ihn ja vielleicht jetzt hier auch anrufen. Ach, wir fahren jetzt einfach hier hin. Ist doch geil. Na toll, jetzt will Finn Holmes auf einmal ein Singogramm, aber wir haben jetzt gerade keine Zeit. Wir müssen uns jetzt hier um unseren Boy kümmern. Nicht kennenlernen, das labere ich denn. Ähm, geh mal einschlagen. Wir müssen ein bisschen freundlich sein, weil wer... Nein, ich sag's jetzt nicht. Ich weiß auch nicht, von welchem Film das ist, aber kennt ihr das? Wer... Wer muss freundlich sein? Äh... Bruder, es geht ab in the club. Bock bei mir einzuziehen? Äh, meine Schwester hat zwar eine Affäre mit deinem Dad und kriegt bald ein Kind von ihm, aber das macht doch nix, oder? Was sagst du dazu? Hä? Ja? Ah, guck mal da da. Oh, was hat er dazu gesagt, dass er ein Kind kriegt? Fand er das witzig oder eher nicht so? Ich glaube, wir bestehen ihm jetzt gleich mal den Betrug, weil sie kann den Hormonen einfach nicht widerstehen. Sie ist einfach so überwältigt und kann die ganzen Gefühle nicht... Manchmal ist dieser Junge äußerst seltsam. Und sie kann diese ganzen Gefühle einfach nicht mehr... Nicht mehr bei sie bei. Nein, kann sie nicht. Äh... Ja, dann umarm ihn mal ganz, ganz freundlich. Wirklich super freundlich. 2-S, 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 warum ist es überhaupt wieder so dunkel? Ich brauche Licht in meinem Leben. Lumos Maxima, warum sind wir jetzt wieder keine Freunden? Mein Leben ist echt schwierig, wisst ihr das? Diese Stadt ist einfach fabelhaft. Sehe ich genauso. Ich möchte Bitten einzuziehen! Yay! Hey, ich hab da ein tolles Apartment und du sollst bitte da mit uns wohnen. Wie wär's, Nate? Alles klaro? Bock einzuziehen? Oder eher nicht so? Hm? Was sagst du zu meinem Angebot? Ich höre jetzt auch aufzureden. Wer ist da hinten gerade angekommen? Hans-Peter Chapeau! Hey, Hans-Peter Chapeau! Hey, äh... Mähst du jetzt mal? Ach, viele haben übrigens auch nach dem, ähm... Wie heißt das? Nach dem... Lebensfreude-Rückblick von der zweiten Staffel gefragt. Und ich werde das auf jeden Fall noch machen, aber ihr habt euch ja ein Voice-Over dazu gewünscht. Deswegen möchte ich mir da auch Mühe geben. Malte, ich seh dich! Ich hab ne Facecam! Willst du Hallo sagen? Hallo! Hallo! Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken muss. Da. Und hier musst du sprechen. Ich hole mir die Jacke. Was sollst du? Die Jacke. Okay. Ähm... Viele haben ja nach dem... Ja. Viele haben ja nach dem Lebensfreude-Rückblick gefragt. Und ich werde dazu auch bald das Video machen. Aber ihr habt euch ja ein Voice-Over gewünscht. Und deswegen dauert das halt ein bisschen länger, bis ich das dann bearbeitet habe. Aber es wird auf jeden Fall kommen. Und, ähm... Ja. Keine Bock. Okay. Jetzt wird Nate auf jeden Fall hier einziehen. Die anderen beiden können da ruhig wohnen bleiben, wo der Pfeffer wächst. Wir werden uns dann gleich auch ausgebegt bei, ähm, Noah beschweren, dass wir jetzt ein Kind von ihm haben und dass wir eigentlich mit seiner Tochter was haben und dass er was mit unserer Mutter hat und das ist so weird. Es ist einfach so widerlich. Es ist wirklich eigentlich... Was ist mit meinem Leben los? Ich weiß es nicht. Ha! Wie aufregend! Ne, zieh bei uns ein! Oh, guck mal, was Riley für ein Schwangerschaftsoutfit hat. Aber ich finde es irgendwie für den Herbst nicht so angebracht. Das heißt, wir werden dir gleich ja ein Makeover geben! Ein Schwangerschafts-Makeover. Ich weiß übrigens nicht, ob das auch ohne den Master-Controller-Mod geht. Keine Ahnung. Ah, wie aufregend! Wir haben wieder einen Mann in unserem Haushalt. Das ist wirklich sehr schön. Ich habe das Gefühl, wir spielen das Let's Play hier schon vor lange... Also, ich meine, diese Staffel. Dabei ist das erst Folge 6. What crazy, oder? Okay, ja, Nate, raste nicht gleich aus, ne? Ich weiß, dass du dich freust, endlich bei uns zu wohnen, aber so musst du jetzt nicht ausrasten. So, guck, er ist jetzt auch hier in der Medizinkarriere. Super toll. Und du kannst jetzt bitte hier dieses Single-Kram überbringen. Dann kriegst du nämlich da auch noch ein bisschen Geld. Ähm, warte mal. Ah ja. Er hat auch Logik schon? Uh, Level 4 schon Logik. Dann kaufen wir ihm auf jeden Fall auch ein Schach-Brett. Dann kann er da auch noch ein bisschen üben und schauen jetzt mal, wie der gute Nate hier bei uns zu Hause ankommt und seinen Vater vielleicht dabei erwischt, wie er mit der Schwester ihres... ihrer Freundin rummacht. Was redet ihr da die ganze Zeit? Komm, Babes. Komm, die flirten sich schon selber hier an. Das ist... Aber man muss da gar nichts machen. Die machen das schon von ganz alleine. Aber trotzdem könnt ihr jetzt ein bisschen hier rummachen. Oh mein Gott, ich freue mich auf dieses Baby, wenn er schon wieder ein Junge wird, ne? Ich kotze im Strahl. Ich habe keinen Bock mehr auf Jungs. In der 100-Baby-Challenge kriegen wir nur Jungs. Okay, wir haben wieder ein bisschen Money in der Pocket bekommen. Und, Nate, wie fühlt sich das an? Da kommt er. Oh, und? Wie findest du das so? Ist scheiße, ne? Hey, guck mal, Nate, das ist dein neues Zuhause hier. So, und jetzt wird die gute Riley ihm den Betrug gestehen. Obwohl, erst soll er noch unseren Bauch anfassen. Obwohl, das kann auch jemand anders machen. Wir werden... Ah, Junge! Entschuldigung. Die Verabredung hätte kaum besser laufen können. Ihr habt euch tief in die Augen gesehen und die Welt um euch herum völlig vergessen. Ich werde langsam müde. Ich sollte mich auf den Heimweg machen. Ich habe die Zeit mit dir wirklich sehr genossen. Danke. Bitte, Bruder. Äh, hast du dein Tier hier versorgt? Super, Mensch. Dann säuber doch nochmal das Terrarium von Dobby. Dann freut er sich da auch noch. Und er liest hier schön ein Buch. Über Logik vielleicht? Nee, er möchte eins kaufen. Oh, er hat sogar ganz viel Geld mitgebracht. Das ist ja super. Nate, du bist unser Mann. Du bist unser Mann. Nicht so wie dein Vater. Du bringst es zu was im Leben. Oh, ich wette, er und Ruby werden so süße Babys hervorbringen. Boah, wer klumpft er die ganze Zeit. Ähm, dieses Apartment ist wirklich ein wenig gruselig. Wohnt hier eigentlich jemand nebenan so? Also sind hier noch... Guck mal, hier ist es... Wohnt hier jemand? Wollen wir mal klingeln? Nate, guck mal, geh dich mal vorstellen. Hey, das ist ein Bücherwurm. Oh, ich muss mal gucken. Was hat er denn so für Merkmale? Tapfer. Oh, ist ja cool. Da können wir auf jeden Fall was mit anfangen. Dem Spukhaus trotzen. Er möchte gerne die Polizei... Nein, du bist jetzt Arzt. Du bist jetzt Arzt und wirst immer Arzt bleiben. Warum schläfst du? Was ist los mit dir? Sie wünscht dich ein Mädchen. Same, Riley, same. Einfach same. Ich wünsche mir auch ein Mädchen. Ähm, aber du sollst jetzt eigentlich... Oh, okay, wir haben ja schon relativ spät. Und macht jemand auf? Hey, da ist unser Nachbar. Hey, du freaky Vogel. Diego Schwanen. Du wirst unser neuer bester Freund. Alles cool bei dir? Wir loben direkt mal ein fantastisches Buch und schlagen direkt mit ihm ein und lernen ihn ein bisschen kennen und plaudern ein bisschen mit ihm. Ruby hat Level 3 der Fähigkeit... Ach, der Athletikfähigkeit erreicht. Wo bist du? Ich frage jetzt einfach mal nicht, wie sie da gelandet ist, ne? Ist ja immer gut, Sport zu treiben, aber... Lassen wir einfach mal so. Wisst ihr, was ich mich gerade frage? Wenn Riley jetzt ihr Kind bekommt, ne? Dann ist das Kind, wenn Nate und Ruby heiraten, dann ist das Kind der Halbbruder oder Halbschwester von Nate und die Tante. Äh, der Onkel. Nate ist ein Mann. Und der Onkel. Richtig? Habe ich das gerade richtig gesortiert? Ich glaube schon. Oh Gott, das ist echt absolut widerwärtig. Aber ich möchte auf jeden Fall jetzt bald ein Häuschen dann suchen, was wir dann nutzen können. Ich hoffe, mein Bild ist nicht ausgegangen. Weil mein Laptop hat den Bild schon gerade ausgemacht. Wo wir dann wohnen können, damit wir das Kind schön aufziehen können, in Sicherheit aufziehen können. Kannst du jetzt mal bitte nochmal aufstehen? Du kannst doch nicht so früh schlafen gehen. Guck mal, sie ist nämlich jetzt gleich dann die ganze Nacht wach. Geh mal pieseln. Du musst doch pinkeln. Geh mal hier aufs Klöschchen. Machen wir mal ein bisschen Piesel, Piesel, Piesel. Oh. Ach ja, wir wollten sie ja noch kurz umstylen. Das machen wir jetzt aber noch. Das machen wir noch in diesem Part. Geh mal auf den Stylish-Modus und trinken gleich mal einen Schluck. Ich habe übrigens meine neue Kamera stehen und direkt ist mein Handy mal runtergefallen. Wäre das jetzt meine Kamera gewesen? Heidewitzka. Das ist meine neue Kamera. Ziemlich cool. Das ist eine Canon G7X Mark II. Und man kann so ein cooles Display hochklappen. Dann kann man so Sachen... Also, fantastisch. Fantabulös. Und falls ihr Vlogs sehen wollt, dann müsst ihr auf Ninas Live vorbeigucken. Weil da lade ich jetzt immer Vlogs hoch. Also nicht immer, aber manchmal. Ich muss mal eben mein Handy aufheben. Got it. Okay. Nina, konzentriere dich. Haare können so bleiben, wie sie sind. Alles fresh. Alltags-Kleidung. Mal ein bisschen leiser hier machen. Was ist jetzt nochmal? Herbst ist... Dann sollten wir nicht so ein Kleid tragen. Und vor allem nicht solche Schuhe. Riley, du bist schwanger. Aber ich finde immer diese langen Pullis ganz süß. Was ist mit dem hier? Oh, das ist ja auch cutie-pudie. Ich glaube, das hat ja jetzt Malia, ne? Im Lebensreude-Let's Play. Ach, in der Ein-Hot-Baby-Challenge. Das ist definitiv kein Herbst-Outfit. Oh, dieser Pulli. Den könnten wir auch gut nehmen. Mit so einer Strumpfhose. Ist auch cute, ne? Ich glaube... Oder so? Ne. Ich glaube, das wird's. Ich glaube, das wird's. Dann kriegt sie jetzt noch so eine Strumpfhose. Und dann noch so ein paar Boots dazu. Und dann ist das das perfekte Schwangerschafts-Outfit. Wenn mein Spiel nur immer nicht so lange laden würde, dann würde, das wäre wirklich richtig schön. So. Es sehen aus wie Strapse. Gibt's auch noch andere Strumpfhosen? Strumpfhosen? Warum sind die so dunkel? Das Lied wird laut. Ich weiß es. Ich weiß es jetzt schon. Ich weiß es jetzt schon. Nein, keine Hinweise. Bitte. Ich wusste es. Warum wirst du mich immer so ärgern? Okay. Weg mit dir. Das sieht wirklich aus wie Strapse. Das können wir nicht machen. Können wir nicht machen. Dann nehmen wir diese Strumpfhose und machen sie einfach ein bisschen. Warum sieht das jetzt aus, als hätte ich da draufgeklickt? Ich habe nicht draufgeklickt. Ist mir jetzt egal. Ich kriege jetzt einfach ein paar Schuhe dazu. Und dann hoffen wir mal einfach, dass es gut aussieht. Auf gut Glück, ne? Vielleicht so Boots? Das passt eigentlich zu Riley, oder? Können wir das Muster von dem Pulli ändern? Weil ich weiß nicht, ob Riley das jetzt so... Ne, können wir nicht. Schade. Ob Riley das so tragen würde. Können wir da die... Man kann ja gar keine Farben ändern. Das ist ja schade. Naja, egal. Das ist auf jeden Fall jetzt ein süßes Schwangerschaftsoutfit. Den Rest müssen wir eigentlich nicht ändern. Es sah ja eigentlich alles ganz gut aus, obwohl ich Outdoor-Kleidung sah. Ein bisschen fragwürdig mit den Schuhen dazu aus. Und sie trägt eine Jogginghose. Ich meine, ich kann es verstehen, ne? Wenn man schwanger ist, möchte man einfach nur bequeme Sachen anhaben. Aber so ein bisschen was... Bill... So, komm. Guck mal. Das sieht doch gleich viel besser aus. So darfst du das behalten, Riley. Bist du zufrieden mit deinem Leben? Super. Dann haben wir jetzt hier auch ein schönes Outfit. Wir haben Nate, der bei uns wohnt, was super schön ist. Was ein toller Part, oder? Was für ein toller Part. Und so viele von euch haben sich gewünscht, dass wir, ähm, wieder... Also, dass ich wieder... Den Kommentar des Tages vorlese. Und deswegen mache ich das heute auch wieder. Aber noch nicht jetzt, weil ich bin ein Part noch nicht... Äh, tricky von mir, tricky, tricky. Nein. Oh, das ist einfach... Ich kann es nicht fassen. Ich kann es einfach nicht fassen, dass Riley ein Kind kriegt. Riley Harris kriegt ein Kind. Und das vor Ruby. Ich dachte immer, Ruby wäre so diejenige, die jetzt hier so voll durchstartet mit den Kindern und so. Ich meine, das wird wahrscheinlich auch so sein, aber... Erstmal haben wir jetzt hier so ein Unfallkind. Gemein. Very, very gemein. So, kannst du bitte das verdorbene Essen ausräumen und das in den Kühlschrank räumen, damit hier wenigstens nicht alles vergammelt immer... Warte mal, ich kaufe euch jetzt mal eben hier eine Mülltonne. Damit ihr nicht immer nach draußen rennt, um den Müll wegzuschmeißen. Ihr kriegt sogar hier so einen elektrisierten... Geil. So, bitte sehr. There you go. So. Ruby, kommst du jetzt auch nach Hause? Oh ja, sie ist auch mit dem Mini-Flitzy unterwegs hier. Nate, ich glaube, du wirst angerufen. Wer auch immer dich da bei deinem neuen besten Freund stört, geh einfach mal ran und frag mal, wer da so ist. Hey, na? Wer ist da? Hey, na? Äh. Oh nein! Hailey hat eine Party geschmissen, hat Nate eingeladen und weder Ruby eingeladen noch Riley. Was? So, hä? Was ist das denn? Was ist das für ein Verhalten, Hailey? Was ist das? Du bist unsere Oma. Ich meine, ist ja schön, dass du dich mit Nate verstehst, aber sind die so gut befreundet? Na ja. Guck mal, Nate ist eigentlich mit allen so ein bisschen, ne? Voll schön. Mit allen aus der Familie versteht er sie ein bisschen. Er ist einfach der Traumschwiegersohn. Warte. Riley. Du musst deiner Schwester jetzt sagen, dass du schwanger bist. Schwangerschaft verkünden. Und danach musst du sie bitten, deinen Bauch zu berühren. Und Nina muss davon natürlich Fotos machen, weil Nina nicht anders kann. Sie hat es sonst zu nichts gebracht in ihrem Leben, außer, dass sie Fotos von Sims macht. Die anderen Sims sagen, dass sie schwanger sind. Oh, guck mal, sie freut sich für sie. Ja, du weißt auch nicht, wer der Vater ist. Dann würdest du keinen Daumen zeigen. Job it long. Fass gefälligst meinen Bauch an. Oh, cute. Cute, cute, cute. Mach ruhig noch ein bisschen mehr. Äh. Oh, guck mal, sie sagt gar nicht so zu. Ruby ist einfach die beste Seele auf dieser Welt, ne? Komm, umarmt euch mal. Könnt ihr euch umarmen? Oh, ja, da, umarmen. Umarmt euch. Oh, süß. Ihr seid süß. Okay, und an dieser Stelle beenden wir den Part dann auch. Ich werde jetzt noch ganz flott einen Kommentar des Tages raussuchen, weil ihr euch das so sehr gewünscht habt. Und zwar suche ich jetzt einen unter die Beerdigung von Harry aus dem 100 Baby Challenge Part. Ihr habt euch das nämlich wie verrückt gewünscht, dass wir unbedingt wieder den Kommentar des Tages machen. Und deshalb suche ich mir jetzt hier was raus. Das fällt mir natürlich jetzt schwer, hier auf die Schnelle was rauszusuchen. Stellt euch einfach vor, hier wäre ein ganz verrücktes Lied. An dieser Stelle ist ein ganz verrücktes Lied. Okay, ich nehme vielleicht doch einen anderen. Ich habe eine Idee. Ich gehe unter diesen, unter dieses Video, unter das aufregende Neuigkeiten zu, einfach tierisch Video. Und da habt ihr nämlich ganz viele liebe Kommentare geschrieben. Ich habe viele davon schon beantwortet, deswegen gucke ich jetzt schon ein bisschen runter. Okay, ich habe einen Kommentar gefunden. Und zwar kommt er heute von Ella Weiß. Und sie schreibt, du bist die beste YouTuberin, die ich kenne. Ich liebe dich und deine Art, wie du Sims spielst. Bitte bleib so toll, wie du bist. Denn für mich bist du perfekt. Das ist voll süß, liebe Ella. Vielen, vielen Dank für diesen Kommentar. Und ich möchte das jetzt wieder so machen, dass ich euch immer eine Frage stelle und ihr dazu eine Antwort schreibt. Und die Antwort, die mir am besten gefällt, lese ich dann im nächsten Part vor. Und meine Frage heute ist, auf was freut ihr euch am meisten in diesem Jahr? Also irgendwas, was dieses Jahr passiert. Auf was freut ihr euch am meisten? Ich freue mich am meisten auf den Abschluss der Schule. Das ist, glaube ich, so das, auf was ich mich am meisten freue. Und dann fahre ich auf eine Kreuzfahrt und darauf freue ich mich auch mega. Und ja, das ist das, worauf ich mich am meisten freue. Also schreibt mir gerne in die Kommentare, auf was ihr euch am meisten freut. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao!